Ein gutes E-Bike ist teuer und kann schon auch mal mehrere tausend Euro kosten. Dabei ist es wichtig, auch die richtige Finanzierung bereits zu haben. Wir bei Reifersen möchten Sie dabei unterstützen, entweder in Form des Reifersen-Sofort-Kredites bei Ihrer Beraterin, Ihrem Berater in der Filiale vor Ort oder bequem von zu Hause aus über Mainelber. Da können Sie auch die Online-Angebote nutzen. Somit steht dem Traum des neuen E-Bikes nichts mehr im Wege. E-Bikes sind in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Wir bei Reifersen möchten Sie dabei im Bereich der Versicherungen auch unterstützen. Die Vollkaskoversicherung hilft im Bereich Diebstahl und auch bei Unfallschäden am eigenen E-Bike. Die Haftpflichtversicherung hingegen hilft Ihnen bei Schadenersatzansprüchen von Unfallgegnern.